Willkommen zu einem Video. Ich wollte euch noch etwas zeigen. Und zwar, heute habe ich meine Mutter das hier gekauft. Kokosnussdrink. Wir werden jetzt mal probieren, ob das jetzt schmeckt. Und wenn es nicht schmeckt, dann habe ich euch ja diesen Trick verraten. Ihr müsst Zucker reinmachen. Ich probiere mal. Das stinkt schon scheiße. Wie die Konsistenz aussieht in dem Level. Ich habe sogar heute eine gute Tasse dabei. Die Ficklichttasse. Ich probiere das mal. Ich mache noch ein bisschen was rein. Ihr seht das sogar. Mal sehen, wie schmeckt. Boah, das schmeckt besser. Leute, nicht zu viel davon trinken. Ihr willst, dann kriegt ihr durchfallen. Geil.